Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin in der zweiten Januarwoche. Heute habe ich für euch einen Ausflug nach Washington mit Rebecca. Dann lernt ihr Olli Griese kennen und seine EM. Wir sehen seine Highlights und danach gibt es da richtige Überraschungen. Meine Kollegin Rebecca aus dem TV-Team nimmt euch jetzt mit nach Washington. Und so oft, wie sie uns schon mitgenommen hat auf irgendwelche Ausflüge in irgendwelche Städte, ist sie gefühlt schon so ein bisschen was wie ein Scout. Danke Rebecca und euch viel Spaß. Wir sind in unserem letzten Hafen Baltimore angekommen und von hier aus geht es direkt in die Hauptstadt, nach Washington D.C. Washington ist kein eigener Bundesstaat, denn er ist direkt dem Regierungssitz unterstellt. Und hier gibt es unglaublich viel zu sehen. Das schauen wir uns jetzt alles mal an. Das beeindruckende Lincoln Memorial, das dem damaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln gewidmet ist, steht auf 36 Säulen. Und diese 36 Säulen symbolisieren die 36 Bundesstaaten, die zur Zeit Abraham Lincolns die Vereinigten Staaten bildeten. Später kamen noch zwölf weitere Staaten hinzu, die oben eingraviert wurden. Und als da noch Alaska und Hawaii hinzukamen, wurden noch weitere Bodenplatten hinzugefügt. Im Inneren befindet sich eine Statue zu Ehren Abraham Lincolns. Eigentlich sollte diese Statue nur drei Meter hoch sein, aber da das Gebäude doch imposant groß ist, hat der Künstler beschlossen, die Statue 5,80 Meter groß zu machen, und zwar aus weißem Marmor. Dieses Denkmal erinnert an einen ertraurigen Teil der Geschichte, den Zweiten Weltkrieg. Jede Säule steht für einen beteiligten Bundesstaat. Und an der Freedom Wall hängen über 4000 Sterne, und jeder Stern steht für 100 gefallene Soldaten. Betitelt ist das Ganze mit dem markanten Text Hier zeigen wir den Preis der Freiheit. In ganz Washington gibt es keine Wolkenkratzer. Das liegt daran, dass kein Gebäude höher sein darf, als die Breite der anliegenden Straße, plus 6,1 Meter. Es gibt nur drei Ausnahmen, und eine dieser Ausnahmen ist das Washington Monument, denn es wurde zu Ehren Washingtons bereits vor Inkrafttretung dieser Regel fertiggestellt. Es ist insgesamt 169,05 Meter hoch. Nach einer vielfältigen Tour endet unser Ausflug am Kapitol. Und als letzter Fun Fact, warum heißt Washington eigentlich Washington D.C.? Washington kommt vom ersten Präsidenten, George Washington, und D.C. steht für District of Columbia. Das leitet sich vom ersten Seefahrer, Columbus, ab und war früher eine gebräuchliche Bezeichnung für Amerika, Columbia. Und jetzt lernt ihr unseren Entertainment-Manager Olli Griese mal von einer anderen Seite kennen, nämlich nicht an Bord, sondern an Land. Er war hier bei uns zu Besuch im Fernsehstudio, und wir haben ihm mal ein bisschen gezeigt, was er so an Bord gemacht hat. Und das war sehr lustig. Und wenn ihr Fotos habt von euch zusammen mit eurem Lieblings-Entertainment-Manager, dann hier unten drunter posten. Ich bin total gespannt, wer da auftaucht. Und jetzt viel Spaß. Ach, das ist der Superman wieder, ja? Der war doch... Superman! Ist das aus den 70ern? Hi, wie heißt der? Friedrich! Friedrich, wie geht's? Ist das deine Freundin oder deine Schwester? Freundin! Freundin? Okay, wo habt ihr euch kennengelernt? Äh, in der Disco? Ja. Beim Tanzen oder habt ihr ganz lässig was an der Bar getrunken? Ich hab die nur gesehen, hab dann die angefasst. So macht man das halt einfach, ne? Hingegen, angucken und anfassen. Nein, Kinder sind da super, ne? Ich hab ja Gott sei Dank schon mehrere Bücher geschrieben. Wie viele? Ach, Susanne Fröhlich. Ähm, 27. Das war in Asien. Was? Ich hab noch nicht mal so viele Bücher geschrieben. Ich fand sie auch ein bisschen scharf, muss ich sagen. Nein, da ging nichts, ihre Tochter war ja mit dabei. Du hast doch keine 27 Bücher gelesen? Nein, ich bin Mann. Du bist ein Mann. Ja, du hast doch selber eine Sache. Aber ich schwöre, hier gibt's Männer, die auch lesen. Ja, natürlich. Gibt's hier Männer, die lesen? Ich hab auch noch nicht so viel gelesen. Na, viel Geräusch gibt's nicht, muss man sagen, oder? Doch, da. Ich lese jeden Abend im Bett. Immer, immer, immer. Ja? Ja. Und, äh... Das musst du mal probieren, das ist toll. Ja. Kein Kommentar. Ja. Ja, ich seh schon. Das Material wird ja im Alter zumeist nicht besser. Ja, das kenne ich. Ich hab öfters einen Hexenschuss. Ja, muss man einfach mal... Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Olli. Du bist 40. Und die Augenlider, die werden immer schlaffer. Aber ich lese heute Abend. Ne, oder? Ja, da wacht man doch manchmal morgens auf und guckt und sagt so, oh, gestern konnte ich noch Lidschatten benutzen, heute ist gar keine Fläche mehr da. Ja. Schade. Ja, kann ich wegtun, die Palette. Die Sonne fröhlich war wirklich super. Er hat dünne Muskeln und einen dicken Bauch. Der ist dick und stinkt. Er macht häufig sehr lustige Sachen. Er hat langes Haar. Und manchmal furzt er einfach, ohne zu sagen. Er ist gar nicht hübsch. Na, Witze sind auch nicht gerade die besten, also es gibt schon bessere. Er hat graue, schmierige Haare. Er macht Quatsch. Und er ist alt. Ja. Ach guck mal, hier noch kurze Haare. Wer könnte das sein, Dennis? Der Kapitän. Und da kommt es wieder, Kinder sind halt einfach super. Das war wohl mehr zu. Ich glaube, so schneide ich mir die Haare wieder. Jetzt bin ich raus. Das war jetzt unfreiwillig sehr, sehr komisch. Ähm, Dennis. Ähm, Angelina, was glaubst du denn, wer das war? Papa? Ich glaube, dicken Bauchen, wir hatten da wirklich einen etwas kräftigeren Kapitän. Er muss halt natürlich auch Kontenance bewahren. Ja, 70 Jahre. Sie sind 70 Jahre verheiratet. Boah, 70 Jahre verheiratet. 70 Jahre verheiratet. Das habe ich noch nie erlebt, dass jemand so lange verheiratet ist. Wie alt sind Sie denn? 120 oder? 91 und mein Mann ist 2. Ich bin 92. Unglaublich. Boah, ein liebten Schuss. Boah, 70 Jahre verheiratet. Strahlt wie das, wie Fukushima. Das ist ja unglaublich. Und wir haben uns nie gekloppt. Komisch, die meisten kloppen sich doch immer. Ja, aber es sind 70 Jahre. Das ist schon Wahnsinn. Ich werde noch nicht mal 70. Mihal Labatt spielt für Sie eine Ballade von Bruno Mars, When I Was Your Man, exklusiv für Sie in der Primetime. Viel Spaß. Nicht. Okay. Ach, guck. Das war das in meinem 40. Aber es gab eine superschöne Torte. Ah! Ist es das, was ich denke, was es ist? Oh mein Gott! Das haben wir nur witzigen Leuten. Oh! Ich muss ein bisschen weinen. Wissen Sie, was das für eine Torte ist? Wissen Sie, was das für eine Torte ist? Diese Torte ist voll Mett. Ja, es ist eine Mett-Torte. Ja, wirklich. Ich habe mir eine Mett-Torte gewünscht und ich habe eine Mett-Torte bekommen. Vielen, vielen Dank, lieber Rainer. Ja, und die ist schwer. Ich werde diese 12 Kilo Mett essen heute. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, welchen Beitrag ich jetzt ansorgen soll, weil meine Kollegen sind alle im Urlaub und wir sitzen hier in einer, in Anführungsstrichen, Notbesetzung, wollen trotzdem ein tolles Magazin machen und wollen einen Slot freihalten für vielleicht was Aktuelles. Und das habe ich noch nicht. Deswegen bin ich genauso gespannt wie ihr, was jetzt für ein toller Film kommt. Aber eins ist sicher, er wird super. Ja, wir befinden uns hier auf der AIDA Perla in der Karibik. Zurzeit sind wir hier auf der wunderschönen Insel Bonn-Air im Hafen von Krallendeik. Ja, und wir machen hier unsere 14-tägige Route durch die Karibik. Das Ganze jetzt hier gerade zur Weihnachtszeit, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und hier war ein ganz besonderes Highlight an Bord, nämlich wir hatten hier unseren Hauptgewinner an Bord auf der AIDA Perla von unseren 2 Euro Rubbellosen. Und den haben wir hier ganz herzlich auf der Brücke bei uns begrüßt. Ja, und für unseren Hauptgewinner war das natürlich auch etwas ganz Besonderes und auch für uns hier an Bord, denn das ist das allererste Mal bei AIDA auf einem unserer AIDA-Schiffe, dass dieser Hauptgewinn über 4.000 Euro für einen Reisegutschein hier gezogen wurde. Herzlichen Glückwunsch zum Hauptgewinn. Das hier auf dem Schiff gewonnen zu haben, ist natürlich richtig klasse. Was ich damit vorhabe, muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe ja schließlich auch nicht damit gerechnet. Und das hier auf der Brücke empfangen zu nehmen, ist natürlich weltklasse. Dann fahren wir mit. Auf den Gewinn nochmal. Dankeschön. Ich habe zuerst mal versucht, wo der Haken ist, weil das war das zweite Feld, das ich freigerubbelt habe. Von daher konnte ich es erst mal nicht glauben. Ich habe dann meine zwei Kollegen das bestätigen lassen und letztendlich hat es das Casino-Personal dann bestätigt und es war ein wunderbares Gefühl, am nächsten Morgen aufzufahren. Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Wir waren im Januar in Stuttgart auf der CMT und haben den Stand von der AIDA gesehen auf der Messe. Und das war so klasse. Da haben wir uns gesagt, jetzt machen wir das einfach mal. Und es hat sich absolut gelohnt für mich jetzt. Und ansonsten, ich glaube, die Highlights haben wir jetzt gerade hinter uns mit den ABC-Inseln. Wir hatten heute einen wunderbaren Tag auf Brunea, der jetzt auf der Brücke zu Ende geht. Was will man mehr? Und wenn auch ihr mal so richtig überrascht werden wollt von einem großartigen Urlaub oder von besonderen Begegnungen in tollen Städten und von all dem, was wir anbieten, dann geht ihr jetzt ins Reisenbüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, auch im neuen Jahr, die Verlockung der Woche. Grüß dich schön. Wir starten in Warnemünde und fahren als erstes nach Starwanger. Es geht weiter nach Oslo und Aarhus. Wir machen noch Halt in Kopenhagen und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Warnemünde. Und zum Schluss wie immer die wunderbarsten Bilder von unseren Reisen, die großartigste Musik von Bord. Ich wünsche euch eine großartige Woche und nicht vergessen, eure Bilder mit eurem Entertainment Manager. Heute hier unten drunter. B-Reise Und ich bin fooling Too many times But now I'm determined I wanna get it right It's good to be Perfect Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017